St. Petrikirche in Seehausen. So, wir haben heute die Möglichkeit auf die Türme der St. Petrikirche in Seehausen zu steigen. Da oben gibt es eine Türmerwohnung aus dem Mittelalter. Ein Blick hinter die Orgel. Das Treppenhaus ist neu. Die neue Betonstufen haben sie mal renoviert. Wow! Oh! 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 Das ist die eigentliche Türmerwohnung. Ich habe noch nie gesehen eine Wohnung in einem Kirchturm, ganz weit oben. Der Kirchturm aufsteht mal anders. Glück Richtung Noten. Dividende Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017